Herzlich willkommen bei der Firma Campwerk. Ich hoffe, ihr hattet die Zeit, letzte Woche euch die Roadtrips von Marie und Jan anzuschauen, nämlich von den Travel Ventures. Die waren nämlich mit einem Skycamp-Dachzelt unterwegs in Norwegen und Schweden und sie haben uns ein tolles Fazit-Video mitgebracht von ihrer Tour und das zeigen wir euch heute. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Wir sind Marie und Jan und reisen seit 2017 durch die Welt und lieben vor allem Roadtrips. In Australien hatten wir im Kofferraum von unserem Jeep ein Bett, in Kanada hatten wir einen richtig coolen Campervan, in den USA hatten wir im Kofferraum von unserem Mietwagen geschlafen und letztes Jahr waren wir für zwei Monate in Europa unterwegs, sind durch zwölf Länder mit unserem kleinen Toyota Aygo gereizt und haben vorne auf den Fahrersitzen geschlafen oder gezeltet. Nun sind wir vor kurzem einen Monat mit einem Dachzelt in Norwegen und Schweden unterwegs gewesen und hatten eine unglaubliche Zeit. Wir hatten regnerische, stürmische und sonnige Tage, also konnten das Dachzelt wirklich ausgiebig testen. Und weil so viele nach einem Fazit-Video zum Dachzelt gefragt haben, wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, beantworten eure häufig gestellten Fragen zum Dachzelt, zeigen euch die Vor- und Nachteile auf und verraten, ob sich unserer Meinung nach die Anschaffung eines Dachzeltes lohnt und ob es eine Alternative zum Vanlife ist. Falls ihr euch für Reisetipps interessiert oder euch für die nächste Reise inspirieren wollt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Beginnen wir gleich mal mit ein paar Fakten und zwar hatten wir ein Hartschein-Dachzelt und zwar das iCamper Skycamp. Das Dachzelt haben wir netterweise für die Reise von Campwerk gestellt bekommen, deswegen steht hier oben jetzt auch unterstützt durch Campwerk. Das ganze Video beinhaltet aber trotzdem unsere ehrliche und individuelle Meinung. Das Dachzelt selbst haben wir übrigens in Bochum abgeholt und auch vor Ort dran montiert bekommen. Die Matratze im Dachzelt war übrigens schon drin, wir selbst brauchten nur ein Spannbettlaken, Kissen und eine Bettdecke, aber ein Schlaßtag geht natürlich auch. Wir haben jetzt nochmal ein paar Vor- und Nachteile für euch vorbereitet, die uns während unserer Reise mit Dachzelt aufgefallen sind. Fangen wir jetzt allererstes mit den Vorteilen an und zwar ist der Auf- und Abbau sehr einfach und schnell machbar. Der ganze Prozess dauert gerade mal 30 Sekunden bis eine Minute. Der Markt kann direkt nach dem Urlaub das Dachzelt wieder abmontieren und das Auto wieder rundum nutzen. Man kann immer sehr flexibel reisen, wenn man zum Beispiel spontan einen Wochenendtrip machen möchte, kann man das Dachzelt montieren und losfahren. Im Vergleich zum Kauf eines Wohnmobils oder Camper ist das Dachzelt eine preiswerte Alternative. Ein besonderes Highlight beim Zelten mit Dachzelt ist die Aussicht von weiter oben. Man kann das Dachzelt immer nach der besten Aussicht ausrichten. Wir haben zum Beispiel in Norwegen und Schweden immer in Blickrichtung zum See oder Meer geparkt und hatten dann immer vom Dachzelt aus eine grandiose Aussicht. Anders als beim Bodenzelt sind unebener Boden, Feuchtigkeit und Tiere, Bodenfrost und so weiter gar kein Thema mehr. In einigen Ländern ist nämlich auch das Zelten auf dem Boden gefährlich oder nur bedingt möglich, weil dort zum Beispiel gefährliche Tiere leben, es zu steinig oder zu nass ist. Bei uns in Norwegen hat es zum Beispiel sehr oft geregnet, aber das Dachzelt ist immer sehr schnell getrocknet und der Regen ist sogar von außen abgeperlt. Was wir als extrem praktisch empfunden haben, ist, dass wir sehr viel Stauraum im Auto hatten. Der gesamte Fahrzeuginnenraum bleibt frei für Gepäck oder Mitfahrer und als wir auf unserer Deutschlandreise oder auch in den USA im Auto geschlafen haben, hatten wir immer Platzprobleme und mussten ständig alles umräumen, um unseren Schlafplatz herzurichten und das ist beim Dachzelt natürlich ganz anders. Bettzeug und weitere Kleinigkeiten lassen sich auch während der Fahrt im geschlossenen Dachzelt lagern. Was uns positiv überrascht hat, ist der hohe Komfort, den so ein Dachzelt bietet. Wir haben ja nun einen Monat darin geschlafen und müssen zugeben, es war sehr bequem. Auf Fähren, Campingplätzen, Parkplätzen oder auf Mautstraßen zahlt man meist den niedrigen Tarif. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass man definitiv auffällt und somit viel Menschen ins Gespräch kommt. Manche Orte oder auch Stellplätze sind mit einem Wohnmobil nicht erreichbar, mit dem Auto plus Dachzelt kommt man hingegen nahezu überall hin. Und zu guter Letzt, man kann fast überall kostenlos schlafen. Wir haben in Schweden nur auf kostenlosen Stellplätzen geschlafen und hatten diese dann auch fast immer für uns ganz alleine. Also man hat je nach Land sehr geringe bis gar keine Kosten für Stellplätze. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Der Spritverbrauch erhöht sich leicht, aber nur minimal. Ein weiterer Nachteil ist, dass es durch Windgeräusche beim Fahren etwas lauter ist, aber wir würden sagen, man gewöhnt sich daran. Man hat nur einen beschränkten Wohnraum im Zelt. Das lässt sich aber durch ein Anbauzelt oder eine Markise ausgleichen, aber uns persönlich hat das nie gestört. Man muss auf jeden Fall auch beachten, dass die Parkmöglichkeiten durch so ein Dachzelt leicht eingeschränkt sind. Also bei Tiefgaragen muss man dann immer auf die Höhenbegrenzung achten. Mit dem montierten Dachzelt darf man maximal 130 kmh fahren, aber da man in den meisten Ländern sowieso meist nur 120 kmh fahren darf, war das für uns gar kein Problem. Im geschlossenen Auto bist du auch während des Gewitters sicher. Im Dachzelt allerdings nicht. Sinnvoll ist dagegen, in der Nähe von einem bebauten Gebiet zu stehen. Wenn dein Stellplatz 100 bis 200 m weg vom nächsten Haus ist, dann bist du höchstwahrscheinlich nicht der höchste Punkt. Der Blitz schlägt eher in einen Blitzableiter ein als in dein Dachzelt. Unabhängig von der Stellplatzwahl ist man aber in der Regel im Auto sicher, wenn Türen und Fenster geschlossen sind. Ein Nachteil, den wir bei uns in Norwegen unter extremen Wetterbedingungen feststellen konnten, ist, dass es einmal so stürmisch und regnerisch war, dass der Eingang vom Dachzelt so nass und schwer geworden ist, dass er uns im Zelt entgegenkam, gegen die Matratze gedrückt hat und das Wasser durchgewichen ist. Somit war dann auch die Matratze nass und auch die Nacht für uns dahin. Aber wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass es für Dachzelte einen Sturmschutz gibt, der solchen Situationen vorbeugt. Grundsätzlich ist das Zelt jedoch wasserresistent, also falls ihr solche Wetterbedingungen wie wir haben solltet, dann bereitet euch vor und dann sollte nichts passieren. Ein nicht zu unterschätzender Nachteil ist, dass man auch bei schlechtem Wetter, wenn man zum Beispiel auf Toilette muss, aus dem Zelt raus in die Kälte muss. Aber auch dafür kann man sich rein theoretisch vorbereiten, indem man einfach Schuhe und warme Klamotten mit ins Zelt nimmt und die dann anzieht, bevor man rausgeht. Oder einfach nicht in so kalten Ländern wie wir unterwegs ist und nicht so viel Pech mit dem Wetter hat. Klar, ein Dachzelt kostet in der Anschaffung Geld und ist zum Beispiel teurer als ein Bodenzelt. Es kann je nach Ausstattung mehrere tausend Euro kosten. Praktisch ist aber, dass Dachzelte kaum an Wert verlieren und wenig Zeit für die Wartung und Pflege in Anspruch nehmen und als Alternative zu einem Wohnmobil oder auch Campervan wesentlich günstiger sind. Ihr hattet außerdem noch sehr, sehr viele Fragen und zu denen kommen wir jetzt. Das Dachzelt, was wir jetzt für unsere Reise mit hatten, kostet ca. 5000 Euro, aber grundsätzlich gehen die Preise für Dachzelte so ab 1500 Euro los. Und das hängt natürlich auch von vielen Eigenschaften ab, zum Beispiel wie modern ausgestattet oder durchdacht das Zeltsystem ist. Und falls ihr euch für unser Dachzeltmodell oder auch andere Modelle oder auch Zeltanhänger interessiert, schaut unbedingt mal bei uns in der Videobeschreibung vorbei, da haben wir euch nämlich die Website von Campwerk verlinkt. Ein Dachzelt kann so gut wie auf jedes Auto drauf. Dachzelte werden auf Querträgern auf das Autodach montiert und sind dadurch vom Fahrzeug unabhängig. Am besten einfach mal bei Campwerk anrufen und nachfragen. Campwerk hat drei Showrooms in Deutschland und einen in den Niederlanden. Dort könnt ihr einfach hinfahren, Probe liegen und die Dachzelte testen. Für Alleinreisende, Familien, Pärchen oder für all diejenigen, die Camping begeistert sind und dabei nicht an Komfort einbüßen oder zu tief in die Tasche greifen wollen. Ein Dachzelt macht all das möglich und dies zu einem Preis, der weit unter dem Anschaffungspreis eines Campers liegt. Dazu mit einem Komfort, der weit über dem eines konventionellen Zeltes liegt. Aber natürlich ist es auch eine tolle Lösung, wenn man zum Beispiel einen Bulli hat, das Dachzelt oben drauf packt, um dort Leute nächtigen zu lassen. Das richtet sich total nach der Anzahl der Personen, mit denen ihr reisen wollt. Wir müssen zugeben, unser Dachzelt war, glaube ich, für vier Personen ausgelegt und es war uns wirklich zu groß. Also es war schön, so viel Platz zu haben, aber wir würden sagen, für uns hätte auch ein kleineres gereicht. Deswegen unbedingt zum Showroom fahren, bevor ich ein Dachzelt kaufe, dort Probe liegen und gucken, für welches Dachzelt ihr euch entscheidet. Also entweder kannst du das Dachzelt abmontieren oder wenn du keinen Platz fürs Dachzelt hast oder das ganze Jahr über oder campen willst, dann kannst du es auch einfach drauf lassen. Ja, das kann natürlich passieren, da können wir euch nur empfehlen, sich auf jeden Fall ganz warm anzuziehen. Das hatten wir nämlich auch einmal in Norwegen, gerade als wir im Süden waren, war es sehr, sehr kalt, da haben wir mit einem Pullover geschlafen. Und ansonsten kann man natürlich im Schlafsack schlafen, anstatt einfach nur eine Decke oder normale Decke und Kopfkissen zu benutzen. Das ist auch wesentlich wärmer und es gibt für Dachzelt sogar eine Thermohaube, die das Dachzelt isoliert und wärmer macht. Wir hatten in Norwegen starke Stürme mit extremen Windböen. Im Zelt selbst merkt man schon, dass es draußen stürmisch ist, aber grundsätzlich würden wir euch empfehlen, das Zelt so auszurichten, dass ihr den Wind nicht frontal abbekommt. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, weil am Zelt sind Insektenschutznetze am Eingang und an den Fenstern und wir waren in Schweden unterwegs und da sind eigentlich sehr, sehr viele Mücken unterwegs. Wenn man draußen ist, wird man sehr zerstochen, aber im Zelt selbst hatten wir vielleicht zwei Mücken, wenn es hochkommt. Wir haben uns im Dachzelt sehr sicher gefühlt und wesentlich sicherer als im Bodenzelt. Wichtig ist eigentlich nur, dass es trocken gelagert wird. Das geht dann zum Beispiel in der Garage oder auf den Dachboden, je nachdem, wo ihr einen Ort habt, wo ihr es halt trocken lagern könnt. Obwohl wir sehr warme und sehr kalte Tage hatten, hatten wir nie Probleme mit Feuchtigkeit im Zelt, aber das hängt natürlich auch von der Qualität des Zeltes ab. Also wir persönlich finden ein Dachzelt unglaublich praktisch und die Nachteile alle verkraftbar, gerade in Anbetracht der ganzen Vorteile, die so ein Dachzelt bietet und würden immer wieder mit dem Dachzelt verreisen und nicht mehr im Kofferraum schlafen wollen. Kurz gesagt, das Dachzelt bringt fast alle Vorteile eines klassischen Zeltes mit, ist bequemer und eine super Alternative zum Wohnmobil, Campervan bzw. Vanlife. Und zu guter Letzt interessiert uns natürlich noch eure Meinung. Was sagt ihr zum Dachzelt? Würdet ihr selbst mit Dachzelt verreisen? Würdet ihr euch selbst eins anschaffen? Lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen und falls euch dieses Video gefallen haben sollte oder ihr es hilfreich fandet, würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns gerne unten kostenlos und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal!